Willkommen zurück zu Spyro the Dragon, die sechste und letzte Held. Ich werde es aber nicht so handhaben, dass ich jetzt... Und dann... Naja... NocNexus gleich auf... Also NocNexus macht und dann... Stopp! Was vielleicht nicht tun? Das funktioniert auch gar nicht. Weil sonst werden die Parts, die man damals gesehen hat... Vielleicht wird es... Ja, den haben wir schon einmal befreit. Wir sind hier unten. Nächstes Land... Blablabla... Wir müssen einfach mal aufwalt. Ja, wir kommen auf. Ja, wir kommen auf. Oh, das war's gut. Ja, die kann man doch nicht mehr wissen. Natürlich müssen wir aufpassen bei den TT-Kreisen. Wir sind schon eins. Wir sind schon eins. Das war's. Keep up the good work, Spyro. I expect Nasty's really starting to worry about you. I'd be shaking in my Nork boots if I were him. Oh, shit. Should I do not fall? Yeah, exactly. 10 Tetas. So, do we have it? Good. The other part. Very good. Oh. I ain't never seen this. Oh. But it's just like... This is just a problem. How would it be so good for you? Oh, shit. Oh, shit. I got a good idea. I can't do that. Oh, shit. I don't know. I can't do that. I can't do that. I can't do that. I can't do that. Wow. I never thought I'd be rescued. Especially by such a little dragon. What I mean is... I always believed in you, Spyro. You gotta believe. Yeah. Oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Scheiße. Ich denke, dass ich schon wieder nicht rechtzeitig bin. So, der kommt. Okay, der ist ja nicht gut gefallen, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, er geht um die Ridesmine. Ja, so war es aber nicht geplant. Da wird die Waffe ja da. Okay, wir sind gleich im Ziel. Ja, das war die Norkbucht. Bis demnächst und dann geht es weiter. Ciao.